hallo und willkommen zurück bei seven days to die let's play together mit der tibra grüß euch und mir die manduin grüß euch ja die tibra war so nett und hat mir eine steinachs gemacht weil du jetzt immer möglichst viel aus dem inventar aus was war denn in der letzten folge war der zeitraffer wo wir alles repariert haben wir haben dann außerhalb wieder ein bisschen herumgefahren auf tag eins retour gesetzt und haben dort das ganze gelände aufgebaut also es ist jetzt alles fertig ja deine spirale ist auch fertig sehe ich gerade jawohl stimmt drüben krabbelt schon wieder einer durch die spikes ich liebe sie da ist auch einer dazu verewigt was ist jetzt keine ahnung warum man den brustbolzen auf liegt so was haben wir heute vorher ja ich würde sagen wir looten ein wenig ich hätte gern ein minibike ich glaubte wie ich alles gern hab Weihnachten kommt erst ja ich weiß ich muss dich enttäuschen kriegst nicht alles so ich hab links und rechts habe da zu gebaut mit den lootsbikes und ein stacheldrahtzahn weil wir in der letzten harten auch darauf gekommen sind dass es ziemlich heftig ist wenn von allen drei seiten quasi die zombies ungehindert bis zur mitte durchlaufen können das haben wir so gelöst es gibt dann da überall noch mal so kleine gänge dazwischen so eine zweite reihe was ist da draußen ist eine ja wie immer wo ist da noch was da vorne ein hund ist auch schon wieder irgendwo da in der nähe stacheldrahtzahn oder nicht da auch war da waren sie überhaupt fleißig ich nehme da gleich raus die müssen da herinnen gespawnt sein ja die nehme ich gleich raus also in der nächsten staffel werden wir wieder eine kleinere anlage bringen wir haben das problem dass wir zum Beispiel den zombies bauen richtig herinnen haben was ja nicht sinn und zweck ist von dem ganzen wenn es dann in der mitte da was bauen wird dann wahrscheinlich wieder selbst gebaut Ja, aber wir haben das mal probiert und... Ja, die Staffelding, die hat dazu, dass man aber jetzt gar nicht mehr sieht, wie es derzeit aktuell ausschaut. Da vorne liegt auch was, gell? Leute, die sind ja rundherum gespawnt. So, ich baue mich da schon mal rüber. Und ich will jede Menge rottiges Fleisch zum Verteleiser machen, weil ich will einen Dachgarten anliegen in der nächsten Zeit. Also schön das Fleisch insammeln. Gerade dabei. Super. So, da stehen wir ja alles noch. Irgendwie ist der Pfandachrüst. Nein, alles okay. Okay, ich kann schon. Innen kannst du sie wieder stehen lassen. Wo laufen wir hin? Wo waren wir noch nicht? In welche Richtung? Naja, wir haben sehr viel noch nicht aufgeteckt. Wir können jetzt wieder da rüber und können zum Beispiel die nördliche Straße da entlang der Farm rüber gehen. Oder wir laufen da mal gleich nach Norden. Können wir auch machen. Ja, laufen wir da mal. Das Schneegebiet. Da oben ist das Schneegebiet? Kommt dann, ja. Okay. Ja, da sind ja noch so viele Häuser. Ich würde gerne mal in die Stadt gehen. Du bist in der Stadt. Das ist die Stadt. Na ja, Stadt. Scheiße, da oben steht Hund. Na, aber jetzt gar nicht, hat man nicht so einen Mittelpunkt. Okay, der ist gerade weg. Der ist prozedural. Der ist rechts oben. Stehen wir. Rechts am Himmel rauf ist der Hund. Okay. Den lassen wir mal. Wohin? Da durch? Ja, da durch. Waren wir hier nicht schon mal? Nein. Ah, Hund hinter dir. Alter, was ist? Da ist noch keiner. Ja, der hat mich geschnappen. Geh, das ist ja nicht mehr normal. Ähm, ich komm gleich. Das gibt's aber echt nicht, oder? Hm. Vier Kugeln habe ich noch. Okay. Vier Kugeln habe ich noch. Okay. Super, jetzt bin ich sauer. Ja. Ja. Ja, nachher. Wecks. Ah, Kacke. Ich wollte noch sagen, es ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn wir quer durch die Stadt laufen. Bis zum Ende haben wir es geschafft. Warum? Ah, die sind wieder voll. Also der Riespon ist mittlerweile schrecklich. Ja, das ist bei der Schwierigkeitsstufe. Ja, das ist bei der Schwierigkeitsstufe auch. So. Ich räume mal aus, was ich nicht brauche. Okay, warum sinkt jetzt mehr Essen und mehr Trinken auf 50%? Das tut es immer, denke ich. Im Riespon? Ja. Ah, okay. Ich glaube, das ist mit der Schwierigkeit etwas schlimmer. Hm. Ah, Gott. Ich lege das Zeug da draußen. So, Bier. Ja, mein Sack auch. So, dolle, so dolle. Hm. Das gehen wir einfach mal da rein. Äh, hast du die Hunde erwischt oder? Ah, eh nicht. Zwei habe ich erwischt. Einen, der letzte hat mich dann. Der hat sich dann... So, überlegen müssen. Ja, weiter ist ja dann noch einer dazukommen. Okay. Ich hoffe. So, das morgendliche Thema. Mhm. So, das fällt da noch raus. Hm. Hm. Ah, die Ohrenbrüste liegen jetzt da draußen. Okay. Ich glaube, du liegst gerade am Boden, oder? Hm. Geh. Na, für mich schleifst du am Boden wagerig dahin. Ja, das übliche. Schaut irgendwie witzig aus. Soll ich... Ich muss sowieso wieder meine Armbrust machen, oder? Ja, bitte. Ja, dann brauche ich zwei. Dann brauche ich zwei. Na ja, eine Armbrust. Dann mache ich zwei Stück. Was brauche ich denn da überhaupt dazu? Ähm. Crossbow. Ich brauche Leder, Kleber, Duct Tape und Forged Iron. Leder, Kleber, Duct Tape, ups, und Forged Iron. So. Ich zeige mir, ob ich eigentlich mehr... Ja, Löstung habe ich ja auch bekommen. Ja. Weil ich auch so schnell herum bin. Gut. Ein Hunting Life. Das kann ich nicht. Meineидate is ... Ich lauere wird da unten rein, s'ja, arbeitet not. Ja, da ist Its Rhouses, runter bis die fertig sind. Ichumble mir das Zeug noch schneller weg. Du bist... Ich bin schon hier unten, ja. Ich steck grad am Plateau draussen. Am Plateau. Okay. So. Ich bin gleich da. Wir haben auch geändert die Fenster im ersten Stock auf Gitter. Teilweise schon. Ja, stimmt, genau. Kannst du, sieht man bei mir gerade. Ja, ich laufe auch gerade vorbei. So. Ja, eine 289er Armbrust habe ich für dich. Sehr gut. Liegt in der Truhe. Hab's. Danke. Gerne. Hoppala. Ich mach mir echt Sorgen. Du liegst immer hier. Ja, weil die kann mir einmal hinlegen. Vielleicht wird's... Liegt man so überhaupt? Das kann ich nicht verurteilen. Hockey war das, ne? Ist noch immer so, oder? Ja, ist der typische Anzeigepark. Gibt's ja auch schon seit drei Releases. Okay. Achtung. Ich komme. So, dann... ...reitführen. Da ist alles ruhig. Da läuft draußen eine mit. Mhm. Es schaut so kriminell aus. Was dann? Wie du am Boden liegst. Ach so. Für mich gar nicht so einfach in der Spirale zu laufen. Und so ist sie breit los. Ja, ja. Die Hoffnung, dass die Hunde nicht mehr... Wie mache ich denn das, dass das, dass das rumladet? Boah. Und? Oder habe ich jetzt schon Verfolger? Äh, nein. Hätte ich noch nicht gesehen. Wie mache ich denn das, dass das rumladet? Was denn? Die Pfeile. Ähm, bei mir ist Enter. Warte mal, was habe ich auf Enter? Habe schon. Nein, nein, habe schon. Man hat ja verschiedene Felder, ne? Genau. So. Gut. Mhm. Du bist schon weiter. Ich bin schon ein Stück nach vorne. Mhm. Ach, da vorne stehen sie schon wieder auf. Ich bin schon wieder auf. So. Das muss der... Nächste kommt. Nächste. Oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, ich kann nicht. Na, das kann nicht wahr sein. Naja, zwei Hunde habe ich geschafft. Naja, bei dem habe ich bitte bei beiden mitgeholfen. Ja, spielt das mal mit einer Hand. Ah, jetzt laufe ich so. Das waren sicher die Hunde von vorhin. Aha, warum ist bei uns das Tor offen? Möglicherweise habe ich es noch zugemacht. Alles klar. Oh. Zwei Wackel, bist du das Tiere. Noch einer. Ich schlage mit der Nagelkeule x-mal zu. Die Treffende mit der flachen Hand. Und nicht verfolgt wie dein Hunsvieh. Drinnen oder was? Na, am Zaun entlang. Aha, super. Hm? Sehr gut. Sehr gut. Okay. Okay, woodframes. 月 impose die Hand. Okay. 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 Ich kann nur zusehen, weil da hinten liegt irgendwo mein Rucksack. Ich habe nicht mal was dabei. Warum? Warum? Haben wir gleich, haben wir gleich. Ah, da haben wir sie. Der Noclo hängt da noch. Ja, der Kappelt verhielt da noch. Ah, danke. So, kannst du das ausnehmen? Mhm. Achtung, da vorne muss irgendwo noch nicht sein. Okay. So. Aber hat eh keiner was dabei. Ah ja, nicht ganz. Okay, das war sehr spannend. Ich sehe da keinen Hund. Der war vorne gegenüber, wo man rauskommt. Okay. Ah, dafür sind da vorne. Ah, die sind jetzt da unten gefallen. Hm. So, dein Rucksack. Moment, ich komme schon. Ich laufe einmal nach vorn und hole die anderen zwei Rucksäcke. Hm. Das ist sensationell ruhig. Was ist da? Ah, die liegen auch noch zusammen. Okay. Ah, deinen Hobel. Wo ist denn einer? Ah, da vorne. Denken wir schon. So. Jeder müsste es mein erster sein. Ich habe alles. Ja. Ich, äh, bin ich nach dem Rucksäcke. Sekunde, ich tue zu dir. Bum, 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 bum. Wollen wir auf der Grund der Zeit jetzt gleich da in der Stadt noch einige machen, oder laufen? Ich würde weiterlaufen. Achso. Okay. Laufen. Du hast jetzt wahrscheinlich ein Großteil von meinem Zeug eingefallen. Ja, wir können es da in der Box, und dort vorne steht ein Hund. Ja, ich. Das ist der, glaube ich, den ich dann nicht mehr überlebt habe. Ich schmeiß dir da das Zeug rein. Okay, du laufst mit zwei Schrotflinten herum. Äh, nein. Ah, cool, dann haben wir eine Schrotflinte bekommen. Ich weiß jetzt, ehrlich gesagt... Nimm da einfach eine. Das, das... Nein, nein, das weiß ich schon. Das, glaube ich, war deine. Das war meine. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Das war... Meines. Das war... Da. Wo sie... Wo hast du den Hund gesehen? Schmerzmittel. Da ist gerade über den Hügel rüber. Achso, okay. Alles drinnen. Alles klar. Das müsste dein Zeug sein. Mhm. So ist es. Ach, nein. Knochenklinge gehört auch nicht mehr. Kriegst du da noch. Du kannst es da reinküppeln. Dein flo col. Ja. Knochenklinge gehört auch nicht mehr. Du kannst es da cremieren. was das ist viel... Oh ja.